Hallo, hier meldet sich Michael Eckhardt vom Quantisana TV aus Monaco. Wir sind heute zu Gast beim MRS Motor Racing Team bei Carsten Molitor. Hallo Carsten, geht's gut? Es geht gut, ja. Wie kann es einem in Monaco schlecht gehen? Ja, ich habe es schon gesehen. Das Wetter ist gut, das Ambiente stimmt. Also vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei euch auf der Präsentation dabei sein dürfen. Und was steht hinter MRS? Ja, MRS steht für Molitor Racing Systems. Wir sind in Ulm beheimatet, in Deutschland. Wir machen seit 25 Jahren Motorsport. Das Team besteht mittlerweile seit 25 Jahren. Wir sind im 15. Jahr im Porsche Super Cup. Wir sind 15 Jahre auch im Porsche Carrera Cup tätig und machen unter anderem dann auch noch GT3-Rennserien, Endurance-Serien, Langstreckenrennen. Alles, was sich für uns noch so anbietet. Okay. Wir sind fest verwurzelt mit dem Haus Porsche natürlich. Genau. Aus dieser langen Geschichte heraus. Ich glaube, wir sind auch eines der ältesten Teams hier. Ja, das ist mal das Grobe. Was wir hier jetzt genau machen, ist der Porsche Mobil 1 Super Cup, der im Rahmen der europäischen Formel 1 Läufe stattfindet. Okay. Dazu kommt dann noch ein Rennen in den Übersee. War in der Vergangenheit beispielsweise in Indianapolis, Austin oder auch schon in Australien. Und dieses Jahr gehen wir nach Mexiko. Okay. Ja, und hier sind wir Teil vom Formel 1 Grand Prix in Monaco. Wir fahren also morgen unser Rennen. Haben uns gestern schon mit unserem kuwaitischen Fahrer sehr gut qualifiziert auf dem vierten Platz. Das heißt, er startet aus der zweiten Reihe. Sehen wir ein bisschen optimistisch entgegen morgen, freuen uns. Es ist eine leichte Podiumchance da, auch wenn es schwierig wird, hier zu überholen. Aber wir geben unser Bestes, wie wir das bei allen anderen Rennserien auch tun. Okay, sehr spannend. Jetzt zu den Fahrzeugen. Wie viele Fahrzeuge habt ihr denn? Ja, also wir haben insgesamt fünf von solchen Porsche Cup Fahrzeugen. Vier davon laufen hier im Porsche Super Cup. Drei laufen im Porsche Carrera Cup. Und wenn man jetzt rechnet, käme man auf sieben. Aber hier werden auch zwei Autos doppelt eingesetzt. Okay. Das heißt, sie sind dann fast jede Woche einsetzt. Um welche Fahrzeuge handelt es sich denn sehr genau? Das ist der 991 GT3 Cup in der zweiten Generation mittlerweile. Das Auto wurde 2013 vorgestellt. Wir haben dieses Jahr ein neues Fahrzeug bekommen. Also die zweite Generation. Wir haben mittlerweile einen 4-Liter-Motor drin. Wir haben nochmal 25 PS nachgelegt bekommen. Das heißt, die Rundenzeiten sind auch rund um eine Sekunde schneller als im Vorjahr. Das Auto ist insgesamt, sage ich mal, erwachsener geworden. Es hat ein paar Sicherheitsfeatures mehr. Ja, das ist der aktuelle Stand. Wir reden über 485 PS Leistung. Der übliche Boxer Sechszylinder. Immer noch ein Sauger. Und ja, Schallwippen am Lenkrad, sequenzielles Getriebe, Rennfahrwerk, Rennbremsen, alles was man so braucht. Überholbügel, alles drin für die Sicherheit, der Bahre ist gesorgt? Ja, richtig. Okay. Was kostet ein Fahrzeug? Ja. So im Durchschnitt? Als neues Fahrzeug, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe, ich glaube so um die 180.000 Euro plus Mehrwertsteuer ist man dabei. Porsche verkauft die allerdings nur an Teams, die auch teilnehmen. Also so ein ganz normal, Otto-Normalverbraucher könnte das Fahrzeug gar nicht kaufen? Also man muss sich in die Rennserie einschreiben und kann dann solche Autos kaufen, solche Autos bestellen. Muss dann aber auch eben die ganze Rennserie bestreiten. Okay, also man muss also immer anwesend sein? Wenn ich jetzt ausfalle, habe Kopfschmerzen, sage heute war ich nicht, was passiert? Es gibt natürlich Gründe, die durchgehen. Krankheit, natürlich ist immer, ich meine das war ja schon in der Schule so, auch hier darf man wegen Krankheit fehlen. Aber es darf nicht dazu kommen, dass ein Fahrer nur ein Rennen fährt und sagt, so jetzt mag ich nicht mehr und ich will nur oder das Team will nur das Auto haben. Das macht man einfach auch um Spekulationen mit solchen Rennautos vorzubeugen. Die Autos sind sehr begehrt. Ja klar, klar. Porsche ist immer begehrt. Ja. Und diese neuesten Cup-Autos sowieso, also da gibt es eine hohe Nachfrage, aber Porsche produziert auch eben nur so viel, wie gebraucht werden für die Rennserien. Okay. Das hält auch das Level hoch, auch bei den Teams. Es kommt dann durch diesen Umstand eben auch dazu, dass die Teams sehr, sehr langjährig dabei sind. Also wir, wie gesagt, jetzt seit 15 Jahren, es gibt Teams, die sind schon seit 20 Jahren dabei. Es gibt natürlich auch immer wieder neue Teams, aber das ist so eine zusammengeschweißte Gemeinschaft dann auch. Unsere Zuschauer interessiert es sicherlich, wie sie jetzt, wenn jetzt einer Interesse hat, wie wird man Fahrer jetzt bei euch zum Beispiel? Wenn ich sage, okay, soll ich eine Bewerbung schicken mit meinem Lebenslauf und dann kann ich Fahrer werden? Oder wie funktioniert das? Also da wir das ja schon seit 25 Jahren machen, kennen wir uns in der Szene natürlich aus. Wir wissen, wo schnelle Fahrer zu haben sind, wo die rumfahren. Also da braucht sich keiner, und das macht auch keiner, sich bewerben natürlich nicht. Es ist immer noch eine Frage, wie man das finanziert. Wir hätten am liebsten natürlich den Fall, dass wir sagen, wir setzen uns da hier in die vier Autos, vier Profis, die alle zusammen noch vielleicht zu den Besten gehören, um so erfolgreich wie möglich zu sein. Nur leider steht da eben auch noch immer das Budget im Hintergrund. Das ist auch ein sehr teurer Sport, den wir hier machen. Er hat mit Hobby und sowas auch alles nichts mehr zu tun. Und wir müssen halt gucken, wie können wir einen jungen, talentierten Fahrer finanzieren. Oft bringen die Fahrer ihre Sponsoren mit, die sie vielleicht schon aus der früheren Karriere haben. Oder wir suchen nach Teamsponsoren, versuchen dann eben unseren Sponsoren den bestmöglichen Fahrer zu bringen, der auch dann in das Marketingkonzept passt vielleicht und vielleicht auch noch sportlich erfolgreich ist. Und die zweite Gattung von Fahrern, sage ich mal, ist dann, es gibt auch Fahrer, die machen das als Hobby. Die haben im Hauptberuf einen ganz normalen Job. Werden dann auch hier ein bisschen anders gewertet, weil die sich natürlich nicht mit diesen Profis messen können, die jede Woche im Auto sitzen. Die bringen dann auch meistens ihre Sponsoren mit. Und so finanziert sich dann das Ganze. Okay. Das heißt aber auch für uns als Team, wir müssen immer, wir sind natürlich immer, Jagd hört sich jetzt vielleicht nicht schön, nicht als schönes Wort dafür an, aber doch sind wir auf der Jagd immer nach Budget. Wir müssen jedes Jahr immer wieder aufs Neue gucken. Wie kriegen wir unsere Programme finanziert? Und wie können wir uns sportlich gesehen auch top aufstellen? Bevor wir jetzt über das Budget reden, aus wie vielen Personen besteht denn eigentlich das ganze Team? Weil das sind ja eigentlich nicht nur die Fahrer, sondern hinter den Fahrern sind ja auch die Mechaniker, die Logistiker. Wie sieht das aus? Wenigsten vermuten die einen riesen Aufwand dahinter. Also wir sind jetzt zum Beispiel hier mit zwei Sattelzügen. Wir transportieren so oben die 30 bis 40 Tonnen Autos, Equipment hierher. Hier haben wir ungefähr, ich glaube, zehn Leute im Einsatz gerade. Dann kommt noch ein Ingenieur dazu. Dann die Teamführung, die aus meiner Partnerin, der Iris Dorr, besteht und mir. Ja, das ist jetzt für diese Rennserie. Dann machen wir, wie gesagt, noch den Carrera Cup. Da ist es immer abhängig von der Anzahl der Autos. Wir haben festangestellte Mechaniker bei uns in der Werkstatt. Das sind acht. Wir sind acht Mitarbeiter an unserem Standort, der mittlerweile dann auch schon 1500 Quadratmeter Fläche hat. Wir betreiben vier 40-Tonner-Sattelzüge. Wir haben noch Shuttle-LKWs dazu, Busse, Anhänger, den ganzen Kram, alles was man so braucht. Das ist mittlerweile ein großes Unternehmen geworden. Und ja, das sind logistische Anforderungen. Also wir müssen so von jedem Job ein bisschen was können. Im Idealfall. Also wir müssen auch gucken, wie machen wir Überseetransporte, wie verschiffen wir Container nach Abu Dhabi zum Beispiel in der Winterzeit. Wir gehen im Winter noch Rennen fahren. Das heißt, wir laufen im schönen Wetter auch hinterher. Wir können uns mit diesem Aufwand, den wir betreiben, eine Winterpause eigentlich gar nicht mehr leisten. Wir müssen das ganze Jahr, wir müssen rennen. Wir sind ein Rennteam und wir müssen rennen. Das ist der Punkt. Sonst wäre es ja ein Schlaf-Team. Ja, so sieht es aus. Okay. Also wie viele Leute sind das, das ganze Team? Ja, wie gesagt, acht Feste daheim und dann haben wir Freelancer, sogenannte Freelancer. Also der Rennmechaniker ist auch eine sehr eigene Spezie. Die wechseln auch mal Teams, so wie das in anderen Sporthalten auch so ist. Und am Wochenende kommen dann zu diesen acht Leuten meistens nochmal sechs, sieben Freelancer dazu. Die Ingenieure sind meistens nicht festangestellt. Das können wir uns als immer noch dann kleineres Team gar nicht leisten. Die kommen dann auch am Wochenende als Freelancer. Die arbeiten vielleicht dann auch noch in anderen Rennserien. Wir haben hier einen Schweizer Ingenieur, den Ottmar Welti, der auch zum Beispiel in der Sportwagen-Weltmeisterschaft schon unterwegs war in der Formel 1 früher. Der hat auch für Sauber schon Ingenieuren gemacht. Der ist jetzt nun auch schon, ich glaube, fünf oder sechs Jahre mit uns. Ja, so sind sie eigentlich wie Angestellte, aber wir sind aber auch Freunde. Familie. Ja, das ist eine Familie, ja genau. Okay. Ein Team. Und jetzt zum Budget, was kostet sowas alles? Also man muss... Also vom Wert her, das ist ja schon ein Unternehmen, was eigentlich sich einen Wert aufgebaut hat. Ja, ja. Vom Wert her, also ziemlich mehrere Millionen wahrscheinlich. Wir müssen um unsere Programme, die wir derzeit fahren, ungefähr so vier Millionen Euro akquirieren im Jahr. Und das ist viel und wenn es dann eben nicht reicht, wenn wir es nicht schaffen, dann fällt halt vielleicht eine Rennserie weg oder in einer Rennserie ein Auto weniger. Oder am Anfang steht immer erst mal das Budget suchen und dann für die Programme, die wir machen. Und dann eben entscheiden wir, welche Fahrer, wie viele Autos in welcher Rennserie. Ja, und hier so im Supercup muss man für so einen Einsatz von einem Porsche für die gesamte Saison so etwa mit 350.000 bis 400.000 Euro Kosten rechnen. Pro Fahrzeug. Pro Fahrzeug. Da spielen natürlich auch noch viele Tests mit rein. Wir gehen zwischendurch, gerade mit dem Profifahrer, noch sehr viel testen. Wir verbrauchen Unmengen an Reifen. So ein Reifensatz hat nach einer halben Stunde fertig. Der kostet ja auch ein bisschen was, so wie es aussieht. Auch so um die 1800 Euro kostet so ein Satz Reifen. Und der gibt uns zwei schnelle Runden. Die Runden, die dann kommen, sind im Prinzip eine Sekunde langsamer. Das heißt, im Qualifying wechseln wir dann nochmal auf den zweiten Satz. Ähnlich wie es in der Formel 1 auch gemacht wird oder gemacht wurde. Um eben aus dem neuen Reifen, wir sagen Leistungspiek, um eben diesen Peak zu treffen, dieses schmale Fenster zu treffen, wo eine schnelle Runde möglich ist. Das ist eine sehr große Anforderung auch an den Fahrer und eben auch an die Technik, an den Ingenieur, das richtige Setup zu finden. Den Reifen schnellstmöglich ans Arbeiten zu bringen, bevor die geliebte weiche Schicht sich verabschiedet hat. Und danach fährt er dann noch eine Sekunde langsamer, der Reifen. Also das merkt man auf der Uhr. Der Fahrer selber hat dann vielleicht gegen Rennende, fängt das Auto an mit Übersteuern oder Untersteuern. Das heißt, die Balance geht dann so langsam aber sicher verloren mit immer weniger Grip. Aber im Prinzip merkt der Fahrer jetzt nicht, der Reifen ist schnell oder langsam. Man sieht es dann wirklich nur auf der Stoppuhr. Und so brauchen, also ein Reifensatz hebt im Prinzip eine halbe Stunde. Das heißt, der macht gerade das Rennen. Wir fahren mit dem vorher zwei schnelle Quali-Runden. Dann kommt er fürs Rennen drauf. Und nach dieser halben Stunde hat er fertig. Das ist aber auch geschuldet, dieser extremen Achsgeometrie, die wir fahren. Der ist dann einfach durch. Den können wir vielleicht nochmal irgendwo beim Testen für so ein paar Informationsrunden nochmal aufs Auto tun. Aber leisten tut er nichts mehr. Und das macht das natürlich auch sehr teuer. Auch gerade das Testen. Da reicht uns ja dann eben nicht ein Satz, sondern da müssen wir bei so einem Test zwei Tage testen. Da sind dann schon mal auch gerne sechs bis zehn Satz Reifen, die wir dann haben. Also nicht so wie bei uns zu Hause, dass man einen Satz Winterreifen braucht und Sommerreifen. Und damit kommt man dann durch das Jahr. Wir haben das dann eben in der Steigerung auch noch mit dem Regenreifen. Also wir haben jetzt über Slicks geredet, aber der Regenreifen hat eine ähnliche Charakteristik. Der kann auch nur zwei schnelle Runden und die werden dann genauso häufig gewechselt wie die Slicks. Die sind zwar limitiert. Wir dürfen am Wochenende nur so und so viele Sätze verbrauchen, aber eben beim Testen nicht. Und wenn ich wissen will, was kann das Auto, was kann der Fahrer, muss ich natürlich neue Reifen aufziehen. Aber wie gesagt, das Geld kommt ja auch so immer wieder rein. Ich meine, wenn man gewinnt, bekommt man ja Preisgelder und so weiter. Da könnte man ja eigentlich ganz gut von leben, wenn man gewinnt, oder? Es gibt Preisgeld, ja leider nicht. Also das ist, wir schrammen hier so an der Anerkennungsprämie. Es ist nicht wirklich, wo man reich von werden kann. Wenn man eine Meisterschaft gewinnt, wenn man den Supercup gewinnt, kommen vielleicht dann schon 50.000, 60.000 Euro Preisgeld zusammen. Aber wenn ich gerade gesagt habe, wie viel Reifen wir verbrauchen, dann ist das eigentlich schon wieder ein Tropfen auf den heißen Stein. In den vergangenen Jahren war es so, dass der Meister, der Champion, der hat dann noch ein Porsche-Straßenfahrzeug bekommen. Das ist dann natürlich schon ein echter Mehrwert. Das ist aber auch immer abhängig von der wirtschaftlichen Gesamtsituation, glaube ich, ob das jedes Jahr, man verpflichtet sich da mal zunächst zu nichts. Also das ist dann immer noch so ein Goodie oben drauf. Natürlich mehr als ein Goodie, keine Frage. Aber man muss so ein Supercup auch erst mal gewinnen. Das versuchen ja 28 andere auch. Und die bohren alle nicht in der Nase, sondern die wissen schon, was sie da tun. Das sind alles mehrheitlich Profis. Tracks, die wissen, wie man so ein Auto schnell bewegt. Die machen keine Fehler. Die Techniker machen genauso wenig Fehler. Ich kann ja auch nichts, also die Teams sind alle auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, wir schenken uns hier nichts. Und dann muss man das Ding erst mal gewinnen. Also das ist schon eine echte Leistung. Richtig. Und was macht das MRS-Team aus? Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt, oh, das hört sich gut an, möchte da jetzt mitmachen, würde Sponsor werden. Was macht das MRS-Team aus? Ja, vielleicht unsere lange Historie, unsere vielen Erfolge, die wir schon hatten. Okay. Erfolge, welche? Wir haben den Carrera Cup gewonnen. Wir sind hier im Super Cup schon Vizemeister gewesen auch. Und wir haben natürlich viele, viele Rennen gewonnen, viele, viele Podestplätze eingefahren. Also da ist ein Haufen Blech zu Hause mittlerweile. Sammelt sich natürlich an im Laufe von 25 Jahren. Das ist vielleicht ein Grund, diese Riesenerfahrung, die wir haben. Der zweite Grund ist, wir haben schnelle Autos. Also unsere Ingenieure machen einen guten Job. Und wir holen auch aus, also wir holen aus den Fahrern das Maximale raus. Das spricht sich rum. Wir arbeiten sehr, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Fahrern, arbeiten sehr viel mit denen. Und am Ende, was uns vielleicht unterscheidet oder wo wir großen Wert drauf legen, was uns so eine Art Alleinstellungsmerkmal gibt. Ich weiß nicht, wie die anderen da jetzt genau ticken, aber bei uns ist es so, wir machen das mit sehr viel Leidenschaft. Also wir sind, wir sind im tiefsten Inneren unseres Herzens, sind wir Sportler. Wir lieben den Wettbewerb. Wir können auch mit Seifengästen fahren. Nun machen wir das jetzt halt mit einem Porsche. Das ist eine sehr schöne Art und Weise, seine Wettbewerbsneigungen auszuleben natürlich. Und wie gesagt, wir werden hier nie reich. Das ist keine brotlose Kunst. Ich meine, sonst gäbe es uns keine 25 Jahre. Aber unser Antrieb ist Leidenschaft. Ganz genau. Wir sind emotional dabei. Das heißt, wenn wir ein Rennen verlieren, sind wir auch immer stocksauer. Wir nehmen das nicht einfach so hin. Klar, logisch. Und wir reiben uns da auf. Und es gibt viele Niederlagen, klar. Es gibt, wenn nicht 28 Autos stehen, verlieren morgen 27. Okay. Die Gefahr ist sehr groß, dass man zu denen gehört. Und dann muss man das ja auch erstmal wegstecken. Und da sind wir, wie gesagt, da sind wir mit einer sehr großen Leidenschaft dabei. Ich glaube, das ist auch was, was uns eben ausmacht. Ganz speziell uns. Und wie gesagt, für andere kann ich da nicht sprechen. Aber das wissen natürlich Fahrer, Partner. Für manche ist das dann ein angenehmer Faktor. Vielleicht für andere nicht, weiß ich nicht. Aber wir finden es klasse, dass wir da mit so viel Leidenschaft dabei sind. Und wir wollen uns das bewahren auf jeden Fall. Wenn ich jetzt, sagen wir mal so, oder wenn ihr mit eurem Team jetzt einen Sponsor ansprechen wollt, oder ist jetzt einer interessiert von den Zuschauern, was würdet ihr denn so einen Sponsor bieten? Also der sagt, das kostet euch jetzt 300.000 im Jahr oder 400.000. Ihr macht ein Budget mit ihm zusammen? Also wie funktioniert das? Das fängt ja nicht irgendwie, das sagt man, das fängt vielleicht bei einem kleinen Geschäftsmann an und hört bei einem großen Industriellen auf. Sagen wir mal so, ich komme jetzt an, ich habe 20.000, möchte jetzt hier auf dem Fahrzeug einen Sticker von mir haben. Also könnte man sowas arrangieren, sagt man es mal so. Kann man natürlich und wie gesagt, wir können uns das auch nicht, wir haben kein Sponsoren-Wartezimmer. Also wir müssen schon gucken, wer passt zu uns, was ist das Ziel von dem Sponsor, was für eine Idee, was für ein Konzept steckt dahinter. Dann kann man natürlich mit einem kleinen Aufkleber, wir haben auch kleinere Firmen, die sich daran beteiligen, die kommen uns dann besuchen oder nutzen dann eben Bild, Videomaterial. Das fängt ja bei 20.000 Euro vielleicht an. Nach oben gibt es eigentlich keine Grenzen, weil wir haben auch, nicht dass wir gierig sind, aber wir haben einen unglaublichen Bedarf. Mehr Geld heißt mehr Leistung, ganz einfach, ist auch heute noch so. Das heißt, das Team mehr Geld, umso besser ist das Team. Ganz genau, so geht es auch. Deshalb gibt es nach oben keine Grenzen. Das Lieblingsszenario ist es natürlich, da macht einer den Gate-Boil ganz weit auf. Wir machen das Auto in einem kompletten Branding und bieten dann eben auch noch diesen Mehrwert außenrum. Das heißt, Gästeprogramme, wir laden die Leute mal vielleicht zum Testen ein, dass die mal eine Taxifahrt machen können. Wir hatten schon Schulungen an der Rennstrecke von großen Sponsoren. Da gibt es, das ist eine Riesenspielwiese, wo es eigentlich keine Grenzen gibt. Und wie gesagt, wir lieben den Kleinen genauso wie den Großen. Wir machen auch da keinen Unterschied. Auch da sind wir emotional oder fühlen uns dann auch verpflichtet. Und so kommt es dazu. Ich meine, man sieht hier auf den Autos dann mehrere Sponsoren. Oder ja, so kommt es dazu. Ist dann nicht immer das Schönste. Aber wir müssen ja in erster Linie zählen natürlich, dass wir es überhaupt machen können. Und ja, so ein Sponsor ist dann auch Teil des Teams. Welche Sponsoren akzeptiert er nicht? Also ich meine, man kann ja nicht alles akzeptieren. Nein, also es gibt klare Regeln. Die gibt es aber auch nicht. Wir selber haben eine Policy. Bei der Form 1 wie bei euch, das ist gleich. Die FIA hat Limits und auch Porsche hat im Reglement stehen, was nicht ist. Das ist alles, was sexuellen Content hätte. Oder das sind natürlich Waffen und Waffen, Drogen, irgendwas, was diskriminieren könnte. Oder was auch immer. Es gibt in verschiedenen Ländern zumindest mit Alkoholwerbung eingeschränkt. Nicht bei allen. Also ich glaube, so 90 Prozent sind Alkohol gestattet. Hauptsächlich im arabischen Raum natürlich nicht. Und ich glaube, in Frankreich gibt es da nur per Ausnahme was. Das sind so im Wesentlichen die Punkte. Ich meine, das sind auch Dinge, mit denen wir uns nicht identifizieren können, wenn ich von Rüstungsindustrie oder von irgendwas Diskriminierendem rede. Das passt auch nicht zu uns. Und das verbietet sich dann schon eigentlich von selbst. Gut. Also sehr interessant. Wie lange laufen denn solche Partnerschaften? Gibt es da Verpflichtungen? Sagt man, so ein Sponsor muss mindestens so lange bei euch sein? Oder umso länger, umso besser? Für uns natürlich im Idealfall so lange wie möglich. Aber man muss, wir reden ja, das ist ja hier kein Mäzenatentum, sondern wir reden ja hier über ein knallhartes Business für den Sponsor. Das heißt, der macht Werbung auf dem Auto, der möchte seinen Benefit haben. Und irgendwann kommt es dann ja mal dazu, dass man da vielleicht hindurch sieht. Vielleicht nach vier, fünf Jahren wird die Werbung auf dem Auto gar nicht mehr wahrgenommen, weil sie ja schon immer da ist. Oder der Sponsor sagt sich, jetzt habe ich das Thema Autorennen bearbeitet, jetzt mache ich Fußball oder Golf oder was auch immer. Passt vielleicht eher zu seinem Konzept. Aber es gab da mal von einem sehr großen Sponsor in der langen, langen Vergangenheit eben diese Aussage, ja, wir hören auf. Wir haben DTM gesponsert, ja, wir hören auf, weil wir Angst haben, dass die Leute hindurchgucken. Wir müssen jetzt was anderes machen, um uns wieder ins Gespräch zu bringen. In der Regel läuft sowas ja bis zu fünf Jahren, sage ich mal. Also alles, was fünf Jahre übersteigt, ist schon sehr selten. Oder sie kommen dann mit einem neuen Produkt, kann natürlich auch sein. Also wir hatten schon sehr viele langjährige Sponsoren, waren immer traurig, wenn wir sie verloren haben. Am Ende haben wir aber nie verloren, weil wir schlechte Arbeit gemacht haben oder es sich für die nicht gelohnt hat, sondern es waren dann immer die Gründe, dass sie sich einfach neu ausgerichtet haben. Okay. Carsten, dann würde ich dir sagen, ich gebe dir jetzt mal die Möglichkeit, einen kurzen Aufruf zu starten für dein Team. Ja, also, wenn sich einer jetzt dafür interessiert oder sogar begeistert ist, gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Also direkt mit dir, oder? Am besten, ja. Und wir haben da auch keine großartige Marketingagentur dazwischen. Das heißt, wir nehmen auch die Agentur von dem Partner. Die können sich bei uns verwirklichen. Wir bieten die Spielwiese und unsere Partner können darauf spielen. Und wie gesagt, wenn sich da jetzt jemand aufgefordert fühlt, sehr gerne. Okay. Ich würde mich freuen. Perfekt. Also, wir haben den Aufruf gehört. Wenn jemand interessiert ist, dann meldet ihr euch doch direkt bei Carsten und seinem MRS-Team. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das tolle Interview. Carsten, wünsche dir morgen für den Rennen einen Fehlerfolg für dein Team. Dankeschön. Und Hals- und Breinbruch, so sagt man. Und vielen Dank, dass wir uns hier präsentieren durften. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, von meiner Seite her auch. Dankeschön. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, herzliche Grüße vom Quantisana TV Spezial, Ihr Michael Eckert. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020